Herzlich Willkommen zurück hier Witcher 3 Wild Hunt Hier haben wir in der letzten Folge Ja den Putsch kann man sagen bzw. eigentlich nicht Putsch, sondern es ist ein Mord geplant auf den König Radowitz Und den haben wir tatsächlich mit eingeleitet bzw. sind drauf und dran an der Sache zu beteiligen Ich weiß nicht, dass der richtige Weg ist, den wir da gehen Aber ich mag Radowitz nicht und im Endeffekt helfen wir guten alten Freunden von uns Was nicht heißt, dass sie das Richtige tun, aber ich mich doch dafür sehr interessiere, was denn sonst noch so passiert Und ähm, naja, wir werden sehen Ich glaube wir müssen der Sache noch ein bisschen weiter auf den Zahn fangen Dazu müssten wir uns die Quest jetzt mal markieren, ich weiß noch nicht genau welche das war Ähm, und zwar müsste das eine Novigrad Quest sein Können wir über den Brief sprechen, das war Beuße könnte man tatsächlich auch mal machen, wie der Faustcamp Äh, Gewinnturnier, nein Ja, ich dachte Eine Aufgabe Gut, auf jeden Fall gucken wir jetzt nochmal zu denen, ich glaube, dass es dort auch weiter geht Ey, mal ganz kurz Tatsächlich Rede nochmal ganz kurz Es ist lange her, berichte Nilfgaard hat den temerischen Geheimdienst in einer einzigen Scheißnacht zerlegt Bin gerade so mit dem Leben davon gekommen Hab meine Sorgen ersäuft, bis meine Leber Ceta und Mordio geschrien hat Und was machst du jetzt? Basisarbeit Ah ja Genau, die Nilfgaarder waren dann Die Nilfgaarder, die Redania und die Emeria sind zerschlagen worden König Embodded und dann quasi aufgelöst Wie läuft das Leben? Och, ich mach's wie ein Kartoffelkäfer Ich bin still, halte mich raus und ernähre mich von verfickten Kartoffeln Mach's gut Ja, mach ich die meiste verdammte Zeit über Danke Ja, du bist ein Erf Kynischer Zeitgenosse Prötze Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg Weiter zur Plätze Und gucken mal, dass wir wieder Richtung Extra kommen Aber als allererstes werden wir mit der Roche sprechen Alte Roche ist aber Ah, okay, in seinem Lager anscheinend schon wieder Hätte ich als erstes gekommen Vielleicht hat sich da auch was getan Ich rate dir Mach einen großen, hochziehen So, Achtung, liebe Leute Geh durch Meist der Hekscher So Langsamer Schön, dass wir natürlich wieder absteigen können Kann ich leider nicht oft genug sagen und genießen Okay Also Müssen wir Hier hoch War zu Lager Klapp Ne, der gute Roche noch da ist Können sehen Du warst schon überall Erzähl mal Was hier ist Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern Eine falsche Bewegung und es könnte dein Ende sein Was mich wundert ist, dass ich hier tatsächlich Gar nicht mit Elfen zu tun Wälder lebe Einmal ne Wand Sie können nicht die Pocken kriegen, oder? Geralt van Riefer Gesund und munter Ich könnte deine Hilfe in Kermorhen gebrauchen Ich möchte Ciri dahin bringen Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte Also mache ich dasselbe für dich Danke Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen Vielleicht bringe ich auch Wes mit Wie auch immer Wir sehen uns in Kermorhen Sehr nett Ah, auf den ist Zählen Das ist schön Huch Okay, nicht hier rein Da rein Jetzt hier Ah, okay Ich hab gedacht, die hätten schnell umgebaut Nur gut Dann reden wir mit Extra Dann haben wir tatsächlich Hier den Großteil der Leute Schon auf unserer Seite Wie wir natürlich nicht auf unsere Seite kriegen Das ist der Baron Hätte man bestimmt auch fragen können Aber Ihr wisst ja, wie das war Der hat sich dann leider erhängt So Auf zu Dichstra Mein guter Freund Wo bist du denn? Bleibt sich hier irgendwo rum Aber wie soll ich denn da hinkommen? Ich geh einfach mal dem Abi nach Ich geh wahrscheinlich hier einmal außen rum Ja Ah, der ist wieder in seinem Badehaus Hast du diese armen Wichte gesehen? Die aus Welen geflohen sind? Ich kann zahlen Ich möchte kurz was ausprobieren Ich möchte kurz was ausprobieren Ich möchte kurz was ausprobieren Hab ich jetzt gespeichert? Hab ich das? Schiehst du weiter? Oder bleibst du mir? Mit dir in der Nähe ist es viel sicherer Glaub ich gerade nicht gespeichert? Jetzt aber, okay Sehr gut Okay, es geht leider nicht Ich hätte den sehr sehr gerne von seinem Podest runter gepustet Dann lassen wir das Dann reden wir direkt mit Dichstra Ok Hast du kurz Zeit? Hab ich Was willst du? Ich wusste nicht, ob ich Dich fragen sollte Ich bin mir immer noch unsicher Aber was soll's Ich brauche deine Hilfe Oh, meine Hilfe Sehr interessant Erzähl Die wilde Jagd wird bald Kermorhen angreifen Das ist sicher Ich suche Leute, die mir helfen, sie zurückzuschlagen Die wilde Jagd? Sag bloß nicht, dass du an diesen Schwachsinn glaubst Das ist kein Schwachsinn Das habe ich schmerzhaft am eigenen Leib erfahren Tut mir leid, Gerard Aber ich habe meine eigenen Probleme Ich habe mein verlorenes Eigentum noch nicht zurück Deine Hilfe, wie du weißt, ließ zu wünschen Ich schulde dir also einen Dreck Heißt du kurz Zeit? Hab ich Was willst du? Ich muss aufbrechen Hab auch noch was zu tun Bis bald Ok, dann Aber damit habe ich gerechnet, dass er der Einzige ist Der tatsächlich nicht mit In das Boot kommt und uns hilft So gut Dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel übrig Wir können jetzt nur noch mit M hier reden Dem Anführer der Oh, Entschuldigung, bin ich halt zum Mikro gekommen Dem Anführer der Nilfgaardischen Armee Bin ich aber gespannt Ok Dementsprechend müssen wir mal Das heißt, die kann ich eh nicht mehr machen Ja gut, ich kann Ja Wir brauchen M hier Ich weiß auch nicht, wer so auf unserer Seite ist Eigentlich mag ich den ja nicht Zu ihm gewesen Ich möchte mal ganz kurz gucken, warum uns das immer noch angezeigt wird Je nach Skellige Ja, das macht Sinn Da gehen wir hin mit der Hellreise Genau, das bin ich Rittersporn Freund So Dann gucken wir mal Einmal noch Skellige Ja So Was ist denn eigentlich hier eingezeichnet? Ein bisschen neugierig gemacht Ah, ok Es sind auch Dörfer und alles Die vielleicht im Laufe von Edons dazukommen Oder vielleicht sogar noch ein Mann Hier, man weiß es nicht Das ist ja jetzt schon eine riesige Welt, die hier erschaffen worden ist Ok, ich gehe jetzt mal direkt einfach mal wieder nach Arjenbjorn Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender Avala, so ließ er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen Und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte Ich freue mich auf Ladewildschirm Ich gehe auch Gib dich auf dein Boot Ok, ich Tu mal das, was gerade von mir Geh jetzt einfach mal dorthin Ok Gib dich auf dein Boot Ich habe keine Ahnung, was die hier von mir wollen Ja, auf jeden Fall bin ich schon mal aufs Gellige Was ich haben wollte Jetzt reite ich einfach mal dem Navi nach Ja, äh, macht immer mehr Spaß Ich reite mal weiter Vielleicht lieber ein paar Dorf-Borola oder sowas Ok, hier müssen wir rein Oh, der dafür geschaffen ist Die Götter wollen, dass ich eine Arzt schlinge Achtung Umgeschießen, kurz aufwunst Was für ein kleines Dörfchen wir hier Ist ja wirklich Löbeliges Dörfchen Oh Da sind sehr viele Klippen Ok Oh, und dafür bin ich jetzt erst durch das Boot Was ist jetzt hier Oh Klippen da unten habe ich neugierig gemacht Ich suche ja immer noch die Königin eigentlich Ja, vermutlich hier irgendwo Drei Personen Was? Ah Oh Hallo Aua, aua, aua Ganz kurz So So Komm her So Komm her Und zack Da war er weg Der Kopf Wir plündern erstmal Oh, Feuer Machen wir natürlich Was Das war eine Feuer Ne, dann So Dann lassen wir mal den guten Herrn hier raus Komm raus Komm raus, mein Freund Raffenschmied Oh, das könnte Als gut erweisen Ja Ja, äh Danke Kumpel Feierlund Kennst du den Ort? Hab meine Schmiede dran Komm vorbei Dann hab ich eine Belohnung Ja, warum nicht? Nur nicht direkt So Wir gehen weiter Und Mal unser Ziel Ob ich noch keine Ahnung hab Was uns umführt Und ich glaube, dass das tatsächlich Äh So eine kleine Sackgasse ist Halt hier links Ist da oben Auch noch extra so ein Haus Und Okay Komm schon Ah, hier vorne Das Dorf kommt mir bekannt vor Ich glaube, das ist das Dorf, wo wir einst Gegen den Unhold gekämpft haben Der hier in dem Wald Haus, den wir Leben gelassen haben Und dafür lieber die Dorfjugend Äh Belünscht haben Wir hatten das tatsächlich Verdient Rechts von uns Dann vorbei So Okay, hier rechts rum Okay Ah, okay Das ist das Dorf, wo wir die Kräutertante Umbringen haben lassen Glaube ich Okay Dort wird uns das Boot angezeigt Okay, dann machen wir das Jetzt erstmal Wow Den hab ich echt umgerannt Ne Ahem So jung, kleiner Junge Du bist schon drüber weg Komm Ach, Gerald Mensch Kann ich das nicht tun Wieso kannst du es denn nicht So, jetzt kommt Was Komm Du bist Du bist Gerald Jawohl Okay Reise zur Nebelinsel Ja, dann tun wir das Achso Halt, stopp Gar keine gute Idee Ich verstehe jetzt, was Was Sinn und Zweck der Aufgabe ist Ich verstehe es jetzt erst Ich denke, kein Schnellreisepunkt Denn Man möchte Dass wir Ciri holen Und das möchte ich aber noch nicht Denn vorher werde ich dem König Bescheid Will ich dem König Bescheid sagen? Eigentlich will ich es nicht Er soll nichts davon wissen, dass wir Ciri holen Das Ne, 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 ne Ne, ne, ne Also wir haben Ganz kurz Ein Resümee ziehen Wir haben Eigentlich Unseren Freunden allen Bescheid gesagt Die haben unsere Freunde dazu geholt Der Einzige, den wir jetzt nicht geholt haben Ist der König Und Dijkstra Ja, Dijkstra will ich eh nicht Und Oder er will halt selber auch nicht Und M hier Der König, der seine Tochter wieder haben will Hm Okay, ich lese gerade Geralt war klar Dass der Kampf gegen Eredin und seine Soldaten Wohl die größte Herausforderung seines Lebens werden würde Außerdem stand mehr auf dem Spiel denn je Er kämpfte ja nicht um sein eigenes Leben Sondern auch um das Ciri's Und letztendlich um das Schicksal der ganzen Welt Außergewöhnliche Umstände Erfordern außergewöhnliche Maßnahmen Daher beschloss der Hexer Über seinen Schatten zu springen Den Kaiser von Nilfgaard Um Hilfe zu bringen Ich möchte das nicht, aber es stimmt Es geht hier tatsächlich nicht nur um unser Einzelschicksal Sondern um das der Welt Weißt du nicht, wer ich bin? Und bist einer von den Angräten? Schämen sollst du dich Also Punkt Sehr gut Das heißt Ich bitte jetzt Der Fluch, der auf Um belastete Erwies sich als knifflig Doch Yennefer und die Hexer schafften es ihm beizukommen Der hässlichste Mann der Welt Erwies sich nicht nur als Elf Sondern als elfischer Wissender Avala, so hieß er War ein Elfenmagier Der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen Und sie dann auf der Nebeninsel versteckt hatte Genau Ist immer noch so Hat sich auch nichts dran geändert Oh Er ist im Tronsal, oder was? Der ist ein Achso, ah, okay Den kennen wir ja auch Der Hauptmann Hast du Dirkhoff gefunden? Oh ja Er hat mit Freunden meines Vaters gesprochen Die armen Kerle können immer nur an Politik denken Ununterbrochen Ich hoffe wirklich, dass sie sich nach der Krönung mal eine Pause gönnen Mach's gut Okay Äh, ja Kann ich mich hier hinsetzen, dass ich So, ich möchte jetzt Bringt mir ein Bier Nein Gut, äh Ich würde dich finden Keine Ahnung, wo der ist tatsächlich Denn unsere Breiten gab Ja, das sieht mir sehr lachkönig aus Okay, ich bin mal extrem vorsichtig Eure kaiserliche Majestät Hexer Was führt dich her? Ich habe rausgefunden, wo Ciri ist Endlich Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist Bring sie sofort her Die wilde Jagd verfolgt sie Kermorheim ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist Das war kein Vorschlag Ich kann meine eigene Tochter verteidigen Das bezweifle ich nicht Gegen gewöhnliche Feinde Aber die wilde Jagd ist anders Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen Hunderte Unschuldige könnten sterben Kermorheim liegt in der Wildnis Und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher Hm In Ordnung Ich schicke einen Banner mit Unter der Bedingung, dass General Voorhis das Kommando führt Dem kann ich nicht zustimmen Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen Nun, ich werde nicht nachgeben Und ihr sicherlich auch nicht Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät Bring mir Ciri Das werde ich Wenn sie es möchte Was für eine coole Aussage Okay Aber dann können wir jetzt hier tatsächlich nicht mit der Hilfe vom König rechnen War das denn jetzt falsch, mit dem zu reden tatsächlich? Ach Gott, ich weiß es nicht So, also ich hätte dem ja tatsächlich Also der hätte gerne mit mir machen können Oh ja Ah, ja, ja Ja, ich hoffe wirklich Ah, ja, ja Ich dachte Mach's gut Wir kriegen vielleicht einen anderen Text zu hören Ich hätte mit dem in Kooperation zusammengearbeitet Das hätte ich echt getan Aber nicht als Anführer Okay Was ist hier? Achso, das ist wieder gewinnt Möchte ich nicht Das heißt, wir gehen wieder nach Skellige zurück Wir werden uns Ciri machen Wo war das denn? Ich Äh, ich bin hier querfeldein dafür Warte 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 Doch Mal rüber Irgendwo hier an den Klippen hängt auch die Königin Das wäre so gut Ja Ich glaube nicht, dass die Hat das Blut Äh Was ist, oder? Äh Irgendwas ist da ein Ast oder so Ah, jetzt geht's Sehr gut Äh Was? Hier Irgendwas fieses Komisches Egal Und drumrum gekommen So, aber wetten Hier hängt die irgendwo Weil ich glaube nicht, dass die Spieleprogrammierer die Nicht eingebauten Das hier irgendwo hängt Der ist nicht so sicher Will ich mal ein bisschen an den Klippen mit langfahren? Das Schiffswracks Wahnsinn Okay Gut, wir fahren jetzt mal Richtung, in die wir fahren sollen Äh, da werde ich um diese Insel da vorne rumfahren müssen Das weiß ich noch nicht, wie ich das anstellen soll Und ich habe das Gefühl Was wir mit dieser Quest, die wir hier gerade machen Äh, sehr große Veränderungen innerhalb des Spiels danach Haben Und ich bin mal gespannt, wer ich hier Oh, äh, der Wal hängt fest Ne, Wal Oh, jetzt geht's weiter Okay, er hat sich gefangen Woll ich da eigentlich an den Klippen entlangfahren und gucken? Hier ist jetzt nur ein Schatz, aber Ganz ehrlich, Geld ist nicht das Was wir jetzt eigentlich noch großartig brauchen Das glaube ich das nicht Okay, äh, muss ich das jetzt hier umfahren? Irgendwo? Oh, ja Das ist ein ganz schönes Stück Was wir hier noch fahren müssen Dann hätte man doch irgendwo ein Boot nehmen können Was ein bisschen näher dran ist, oder? Okay, die kann ich so nicht abschießen Oh, das ist noch ewig weit weg, wo wir hinfahren müssen Ich habe auch keine Ahnung, wo genau das sein soll War das nicht die Insel, auf der wir schon waren? Ja, also Rechts sind auch noch überall Inseln Hm Die Leuchttung wieder Oh, oder? Okay 1600 Meter nach vorne Aber echt das dumpfe Gefühl Das hat auch was mit unserem Turm zu tun Jetzt so langsam, aber sicher Wir waren eigentlich richtig Da, wo wir waren Ich glaube, das ist, äh Genau die Inseln, wo wir hin müssen Hihihi Oh Oh Gut, wir nix Das ist tatsächlich die Insel 100 Pro Da hätten wir ja gleich Schnellreise machen können Naja, okay Okay Okay, da ist das Piratenläs Also hier ein kleines Takatuka-Land ist da Wenn ich weiß, was das Takatuka-Land ist Der leidet unter der großen Bildungslücke Und soll das Ganze bitte mal googeln So Muss man einfach kennen Für mich ist das sehr traurig Na gut, dann fahren wir jetzt wieder zu der Insel Und ich Ohne Witz Es wird so Definitiv was mit dem Turm zu tun haben Nur wo und was ich da tun muss Würde mich jetzt sehr interessieren Aber Der Rausfeld ist nicht mehr weit Wir sind noch 800 Meter Ich glaube mal 900 Wie ich ja schon sagte Die Insel kommt mir so oder so nicht Geheuer vor Ah, da ist die Festung wieder Die Ruhig nach oben ragt Dort muss ich auch hin, oder? Mal ganz kurz Ist direkt die Festung markiert Es ist tatsächlich direkt die Festung markiert Das hätte ich doch so einfach haben können Und, und, und Ich hätte nicht fahren müssen Okay Oh gut Ja Ihr dürft mich jetzt dafür ein wenig hassen So Raussteigen bitte Ja und jetzt nutzen wir die Steuerreise Wir haben ja Glücklicherweise vorher schon den Blickpunkt oben perfekt Wieso heißt das denn Wir sollen uns ein Boot holen Was von Gut Es funktioniert so nicht Wieso funktioniert das so nicht Ich kann die Quest so nicht machen Es geht aus irgendwelchen Gründen nicht Ich gehe jetzt nochmal auf das Boot Okay, selbst hier wird mir jetzt wieder ein Boot angezogen Okay, jetzt Äh Das scheint ja nicht zu stimmen Ich bin ganz kurz weg Auch immer Und wir reisen jetzt einfach mal Ob der dorthin Angezeigt wird Eventuell Das echt Immer noch das Boot Was wir zu Schrott befahren haben Wo wir in Kiebner Oh Sandbank So Okay, wir reisen jetzt direkt dahin Wo man uns hinführen will So Denn auf dieser Insel soll Ciri versteckt sein Und ich hab doch gesagt Es hat was mit dem Turm zu tun Also dass der Turm wichtig ist Dass da irgendwas Wichtiges passiert Dass da irgendwas Wahrscheinlich ist dort Ciri genau versteckt Weil ich ein sehr auffälliges Versteck ist Sie eigentlich dort hätten schon vorher finden können Aber Naja Man hat uns nicht gelassen Zippen So Wir sind gleich am Ziel Dort ist auch ein Nebel Deswegen die Nebel Knappe 200 Meter Die Neugier muss ich ganz ehrlich sein Zerreißen Ein wenig Gut Wir sind gleich da Blau Dort vorne Okay Das tun wir auch Wir speichern manuell nach Okay Wir werden das tun Der Fluch Der Fluch Der Fluch Der Fluch Der Fluch Er hat vor der wilden Jagd geholfen Und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lassst ihr mich rein? Nein. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Mein Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du, da draußen können wir Kira. Kira, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zusammen. Wir haben Schiffbuch erlitten. Besten aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterstück gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänse, Shah. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Das kann ich nicht riskieren. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Fereng. Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Tottel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen. Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen. Ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen oder zumindest irgendetwas tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen. Und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da. Geschickt. Er dachte, er könnte separieren. Sehtrautisch machen. Also gut. Mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Okay, dann suchen wir als allererstes nach Ivo. Und die Insel ist hier mehr als unheimlich. Das ist super cool. Wie gut, dass unser Level noch einiges höher ist, als wir das, was man uns hier gerade verlangt. Sehr gut. Unsere Taschen sind auch einigermaßen leer, glaube ich noch. Verhältnismäßig leer. Wir hatten bestimmt noch Platz machen können. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht auf der Insel. Indem hier doch einiges an Zeug unterwegs ist. Vor allen Dingen, wie lange es noch dauert, die Ciri finden. Insoweit kann sie ja jetzt nicht mehr von uns weg sein. Da ist Geralt ja tatsächlich nichts anderes als ein besorgter Vater. Tiefvater. Hier, was machst du? Ach nee, nicht schon wieder. Wir schmeißen die schon wieder hier mit dem Kot. Die mag ich überhaupt nicht. Und die heißen jetzt schon Sumpfschwule. Wie schön, dich zu treffen. Ich hab mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut. Ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich das. Tod. Wow. Verdammt. Was ein Idiot. Was ein Idiot. Ernsthaft jetzt? Ist der jetzt hier hingestürzt? Der muss hier irgendwo... Nein, Theorie. Da liegt er. Was für ein Idiot. Okay. In dem Fall können wir nicht mehr für ihn tun. Ich möchte mal ganz kurz hier auf der Karte hier einüben. Von der Insel verschaffen. Wow. Noch ein bisschen größer. Ist hier auch gar nicht verzeichnet. Denn es ist ja auch eine versteckte Insel. Okay, wir suchen nach Gaspar. Und ich habe ein dumpfes Gefühl, das ist bei dem auch nicht gut aufzugehen. Und ich habe ein Gefühl, dass bei dem Leuchtturm, weil Leuchtturm dafür gewünscht sind mittlerweile, Erscheinungen kommen. Egal welche Art. Okay, wir suchen... Okay, wir suchen... Überblick Kriege, beziehungsweise vielleicht ist er... Oh. Und... Wacht auf hier. Oh ja, ein Zwerg. Hey, nach auf. Was ist das? Zurück ins Bett, lecker Maul. Wach auf. Was... Was ist denn? Wer... Wer bist du? Ich bin Gerard. Du und deine Freunde. Wer seid ihr eigentlich? Rabenig und Partner. Begutachtung von Grundbesitz, Versicherungen, Organisation von Großveranstaltungen. Gasparzotter, meine Freunde nennen mich Schlafmütze. Hab sogar den Sturm verschlafen. Eine Schande, dass so viele gestorben sind. Hast du hier zufällig eine Frau mit aschblondem Haar gesehen? Hier? Nein, keine Sterbenszähne. Aber ich verpasse auch viel, weil ich ständig schlafe. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Ferenc und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Ferenc... Hab seinen Schrei gehört. Dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge. Ich halte dich wach. Dann gehen wir. Narkolepsie. Durchhalten, mein Freund. Okay. Ganz wichtig. Ah, was? Bitte, fülle das nicht an. Echne immer noch mit Erscheinungen. So, ja. Übeliger. Okay. So, ja. Der Freund ist eingeschlafen. Nee, doch nicht. Wow. Wow, 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 wow. Ernsthaft? Ah. Wow. Komm, 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 komm. Oh, gut, dass wir da jetzt hochgekommen sind. Oh. Oh. Komm, komm rein. Das ist hier ein Abis. Oder zwei auch gleich. Der ist schon der drei. Versucht durch den Lebel anzuschleichen. Und lenkt. Okay, mein Freund, weiter geht's. Ich löse ein Beinster. Wach auf. Ich will nicht zur Schule. Okay, sehr gut. Weißt du viel über diese Insel? Weißt nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denst du siehst verzaubern? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Echt? Okay, falsches Zeichen, egal. So, dein Freund hab ich schon umgebracht. Wie schaut's mit dir aus? So, den hab ich kommen gesehen. Einer ist hier noch. Glaub ich. Vielleicht doch nicht. Okay, bleib wach, mein Freund. Achso, der will mich nach Fehring. Ne, ne, ne. Ich bin ja zur Hütte. Ich bin grad nach Fehring. Halt, ich hab auch wieder falsch. Äh, nur wie komm ich jetzt zur Hütte hoch? Also, ich muss jetzt hier gerade gucken. Äh, okay. Jetzt müsste ich wieder links hochgehen, okay? Genau, hier müssten wir hin. Mach, bleib, mein Freund. Nein! Okay, ich dachte, der hängt fest. Ist eingeschlafen, weil sich der Puck nicht weiter bewegt hat. Okay, er ist eingeschlafen. Hab mal lieber bei unserem Freund. Okay, die hätten wir. Okay. Hat sich nur zurückgehalten aus Sicherheitsgründen, was ich gut finde. Na komm. Cool. Könnten wir noch ein paar Pusteblümchen. Ja, eigentlich Löwenzahn heißen. Ich bin so müh. Ist das ein Sinn? Komm schon, steh auf! Oh, lecker Maul. Bist wieder ungezogen. Na, was? Schon gut. Ich bin wach. Da, mit. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Ich möchte vorsichtshalber... Hm, das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. Ich glaube, hier sollte uns nichts mehr angreifen. Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück. Und beeil dich, ja? Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. So, aber... Wir schon eine stolze Folgenlänge haben. Werde ich jetzt hier auch die Folge beenden. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ich hier nicht alleine auf der Insel bin. Denn wir werden sehen, was hier noch für Geheimnisse auf der Insel und auf uns warten. Wie es mit Ferenc steht. Ob der denn überlebt hat oder nicht. Oder ob er vielleicht auch eine Klippe runterfängt. Andere nette Herr. Und natürlich das Wichtigste. Ciri ist. Also, er ist wieder mit dabei, wenn es hier weitergeht. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Nein, macht es gut. Ich hoffe, wir sehen uns das Mal. Vielen Dank.